weil jetzt bin ich runtergefallen ist das dein ernst oh mein gott hallo und willkommen zu einer folge minecraft bedwars zusammen mit kai ja hallöchen wir müssen jetzt ganz schön unser bett zu bauen weil ich habe keine lust noch mal da irgendwie zu sterben aber du gehst schon los ja ich geh schon los ich habe hier sechs blöcke das müssen wir reichen gut also wir müssen unser bett verteidigen wenn wir noch mal sterben sollten das brauchen wir dann nicht mehr und ja das bett vom gegner müssen wir in dementsprechend zerstören und die gegner töten damit haben wir gewonnen so wir können uns schon mal hier zum eisen überbauen okay das war das was macht das ist gut und ich werde jetzt schon wieder so weit das genau wie der letzten aufnahme die wir nicht zeigen wir haben eine aufnahme versucht und dann die war relativ scheiße weil jetzt bin ich runtergefallen ist das ein ernst oh mein gott ich habe einen knüppel gehabt ja scheiße jetzt kann der andere weiter bauen jetzt auch noch ziemlich scheiße so haben blöcke hier müsste reichen und knüppel neu kaufen so rüstung sind wir team blau auch so neben dem team gehen wo ich dachte auch schon hier habe ich ein eisen das brauche ich nicht ich gehe jetzt erst mal hier rüber und box ein paar leute runter was macht der eigentlich ich glaube der ist gar nicht so schlecht der junge welche der aus unserem team ja 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 das man weiß es immer nicht das ist halt so großen das gold ach hier ich habe schon zwei kommen drei und bogen ist drin die wochen drei ja ich komme nicht mehr nach hause war doch ich muss die umgucken ist hier noch irgendjemand oder kommt welche gehe ich sehe ich erst meine drei gold los baulich hoch junge okay ich bin safe ich bin safe jawohl jungs drei gold drei gold ich hoffe dass er hier weiter bauen kann nice jetzt noch nicht runterfallen aber ich habe sogar viel gold viel gold ich versuche erst mal weiter zu bauen so ich habe jetzt das bett eigentlich relativ wir sind im gelb ne ja ich hätte das bett eigentlich relativ hart gesaved jetzt was ist hier hinten hier ich schmeiße euch mal die gold runter ne ich weiß nicht wenn ich das überlebe oh okay ja doch soll ich jetzt wieder gehen kannst du behalten was man ne ne nimm das ich kann damit ähnlich umgehen okay erst mal ein bogen bogen und ein pfeil okay jetzt brauche ich noch eisen das bekommen wir hier zehn eisen reicht das für eine gute rüstung weiß ich gar nicht ein eisen drei sieben ach nehmen wir gleich mal das beste hier den anderen shit haben wir schon so und dann essen dann geht's ab in die mitte du baust dir zu hallo kai ähm ist noch da hallo 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 du baust dir zu bei uns ja ich also meiner meinung nach sollte es jetzt ein bisschen oh da hinten ist wer wie da hinten ist wer oh ach so der schließt mich einfach runter man das ist ein gelber oh Junge ich dachte schon ja ich habe zu dir geguckt deswegen bin ich jetzt gestorben mit guten items scheiße oh man ich dachte nur so scheiße das hier hinter unserem haus und dann war das nur so ein gelber von uns egal ich gehe nochmal rüber ich gönne mir erst mal ein bisschen gold ey der schießt schon wieder egal ich bin erstmal drüben so jetzt wird gold gefarmt so team rot äh team blau ist noch einer warum ist der schneller als ich hat wieder ein heck an glaube ich so neuer versuch jetzt wird wieder gold geholt was macht denn der hier aus unserem team der steht da oben auf dem werk okay ich bin in der mitte ah hier liegt was irgendwer ist gestorben nice gratis items oh ich komme nicht zurück ich komme nicht zurück Kai komm mal schnell komm mal schnell äh wohin okay nein ja in die mitte ey man kommt eigentlich rüber ich weiß nicht was so Leute die wieder gemacht haben für ne scheiße ich hab doch hier ne super idee oder nice der aus unserem team ist gut aber ist grad runter gefallen was ist daran nice ja ne hätten eine super idee gehabt ach so ich hab grad ne super idee erstmal hier den richtigen weg nach oben wieder zu bauen okay ähm unser bett ist hoffentlich reichlich gesaved das hast du ja gemacht ne ja also warte mal hast du dich hier von unserem Haus rüber gebaut in die mitte ja okay gut anders ging es uns nicht ja was mach ich denn gerade ist hier ein bisschen gold ne hier ist nichts toll hier ist einfach gar nichts mehr versuch einfach schon mal irgendwie in der base zu rushen ne ich hab jetzt wieder gold okay das ist gut ich muss nur irgendwie wieder sicher zurückkommen irgendwer boxe hier ich bin schnell weg los 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 oh einer ist auf dem tannenbaum äh von team rot wie da bin ich auch schnell weg pass auf ein bisschen zu sonst könnt ihr einfach darüber laufen du hast schon gesehen dass hier beim geschenk oben was ist ne ja das bin ich ach du hast dich da okay das ist so eine sneaky wenn du mir eine spitzsacke bringen könntest könnten wir vielleicht ins ding ist rein was los mach was damit bringst du mir die ja ich bin okay nice ich muss gucken dass man da auf das geschenk das ist ein bisschen kompliziert ich hab gleich kein essen mehr das kann ich dir auch gleich bringen ist das unser Bett Kai nee oder so ein bisschen mehr kaufen okay wo bist du denn jetzt habe ich dem das gold gegeben und er geht nicht mal nach vorne toll sehr gut komme ich jetzt hier hoch nach hier ist immer noch da oben nein ich bin runtergefallen oh scheiße ey mit 18 eisen ich hasse den modus und nochmal wie unser bett kai hallo hast du noch auf kai wasser ich habe hast du noch auf und sind bettfutter zerstört ja ich habe doch gerade gesagt unser bettfutter du hast nichts mehr gesagt habe ich mal dein skin sehen und der geschrieben nein natürlich du musst slash all schreiben glaube ich ja ist mir egal ja in dem rot wurde vernichtet jetzt komme ich hier nicht mehr aus achso doch wo bist du denn wo bist du ich kann dir helfen achso ja und jetzt hä achso der geht wieder weg nice der ist ja gar nicht bei uns im team ist doch ein grüner der ist unser bett zerstört wir sind noch gelb ja junge das gesicht ist sehr cool sowas team grün da brauche ich mich jetzt rüber danke was will er jetzt hier ach junge gleich erst mal runter hier mit dem wir müssen jetzt aufpassen blau hat noch ein spieler und grün hat noch vier also wir können es noch schaffen ich baue mich nämlich jetzt rüber mach mal kommst du mit ich glaube ich muss hier erstmal ach ne verteidigen müssen wir ja gar nicht mehr ne wir können jetzt wir müssen jetzt safe ausrushen ich wollte erstmal eine gute rüstung so schwert auch noch so schnell schönes schwert ich bin hier oben auf dem dach ich werde mich jetzt da ist team schwert da ist ein roter ich werde mich jetzt hier rüber bauen zu team grün team rot ist komplett ausgelöscht oh da ist ein grüner brauchst du essen ich hab mal hier 16 steaks geholt okay wir müssen nur aufpassen ach ich kann nämlich jetzt nicht umbringen oh fuck alter scheiße wo bist du denn schon wieder ich bin hier äh komm mal nach oben bei uns ist ein grüner in der base pass auf warum warum der will uns töten ne nicht mit mir nicht mit mir nicht während meiner schicht so ich brauche mich jetzt äh der baut gerade hier äh zu ich gehe jetzt ganz nur auf den tandenbaum rauf wenn du willst komm mit dann versuch mir das von den äh das bett von den grünen zu zerstören ich hab die renner des tanden so niedrig gestellt ich seh gar nicht wo die andere bases hinterm tandenbaum achso oh die sind bei uns zumindest einer pass auf dass du nicht stirbst sag das mal unserem kollegen hier ah ja wir haben ja noch ja das bett von grünen wurde abgebaut nice nice richtig geil okay den anderen typen den grünen mit einer von grün ist tot sei ganz vorsichtig jetzt okay irgendwer hat einen bogen irgendwer hat einen bogen hilfe die kommen zu dir die kommen zu dir zu mir ja der gründer von wo von der mitte aus zu dir ich bleibe erstmal an der base können wir das noch schaffen können wir das noch schaffen also die rennen zum tandenbaum ja die rennen zum tandenbaum dann zu dir junge ich kann man nicht wieder runter scheiße okay ich komme zu dir ich kann ich kann mir nein nein komm nicht komm nicht wir müssen die rennen jetzt ach was weiß ich wo die lang rennen wir müssen aufgucken ich kann hier nicht wieder runter oh ich muss jetzt aufpassen dass ich hier nicht gleich runterfalle hä frozen fighter ist von m warte mal wir sind noch beide brennen ein grün und ein blauen gibt es noch okay so wo sind die jetzt jetzt ist vorbei hier irgendwer ist noch am tandenbaum ja also ich bin beim tandenbaum komplett oben drauf du bist oben drauf geh ich unter mir unter mir ist einer unter mir ist einer der läuft jetzt zu unserer base nee den klatsche ich jetzt oh was hat der der hat gute sachen spring runter spring runter den kannst du machen den kannst du machen komm spring runter ich hab nichts warum hast du nichts ja ich hab nichts warum nicht ja weil ich mich einfach nur hier rüber gebaut habe weil ich das bett abbauen wollte ey die feier siehst du wo ich bin hier steht ein grüner ich bin auf dem tandenbaum aber die bekämpfen sich grün und blau bekämpfen sich wenn du jetzt einfach von unten kommen würdest hier bei unserer base okay jetzt ist halt so wenn du jetzt kommen würdest die sind beide da unten einer ist runtergefallen der andere baut die jetzt hoch komm die kannst du runterschmeißen Junge ich hab ich hab einfach ich hab kein live warum nicht dann geht zu einer basis und hol dir welches ey wir gewinnen das jetzt ne wo krieg ich dein essen der boah der shit alter ja geh einfach runter das ist kranker shit ich hab kein geh doch zu einer anderen basis man und hol dir da was zu essen ja ich muss ja erstmal hinkommen ja los wo ist der typ wo ist der typ der ist bei unserer base bei unserer base ja der macht sich auch grad ein paar sachen da bei unserer base bei gelb ja nein bei blau ist der wir sind aber gelb achso ja der kommt jetzt wieder in die mitte der kommt wieder in die mitte ja ich bin ich bin unten oh shit der hat gute sachen glaube ich der baust die zu dir hoch der baust die zu dir hoch ach ne du bist schon weg okay der ist hinter dir der ist hinter dir der ist hinter dir direkt hinter mir der hat es eilig ja der ist hinter dir dreh dich um hallo dreh dich um du kannst ihn wegboxen und der hat auch blöcke jetzt boxen runter oh der hat kassiert der hat auf jeden fall auch items ja ich seh das gerade schon oh nein oh bin ich schlecht alter richtig schlecht da sag ich jetzt mal nichts zu okay oh nein oh man schreib mal gg dann kriegst du ein archivement gg wow ich freu mich okay das war eine runde badwars oh ja ganz tolle runde bewertet den part und dann sehen wir uns beim nächsten mal zählen wir uns und dann selber mal wenn wir uns